Herzlich Willkommen zur Rohrbach Challenge. 50 Schneemänner rund um die Kirche herum und da sind meine Kollegen, die werden auch mitlaufen und als erstes, Max, dir die Frage, hast du damit gerechnet, dass das funktionieren wird? Also ich habe dem Rohrbach ja echt viel zutraut, aber da es gestern noch über 30 stand und jetzt sind wir schon langsam über 70, hätte ich damit nicht gerechnet. Du Dominik hast ja spontan erklärt, da natürlich mitzulaufen, hast du dich auf diesen Lauf jetzt, nachdem fix ist, dass wir laufen werden, irgendwie speziell vorbereitet? Ich bin nur am beten, die ganze Zeit am beten, hoffentlich überlebe ich das, hoffentlich überlebe ich das. Ja, das Priester sterben in letzter Zeit. Ja, einfach und jetzt muss ich natürlich dich fragen, was, wie hast du dich vorbereitet oder was gibt es da zu beachten, wenn wir jetzt rennen müssen? Also ich habe mir diese Strecke natürlich ganz genau angeschaut und habe gemerkt, die Kirchenkar gerade ist ein bisschen gefährlich, die Halleluja-Kurve, da kann es einen leicht auswerfen, aber vor allem dann die Weihrauchkompression, da wird wahrscheinlich Zeit liegen bleiben, aber ich hoffe, das geht gut. Ja, in dem Sinne viel Spaß, um 12 Uhr Uhr werden wir starten. 7, 6, 7, 1, 4, 5, zeige, Nein! Nein! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020